So, werte Geist und Geiserinnen, herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play. WoW Legion, Hexenmeister 100-110, wir stehen noch in Dalaran und haben das vermutlich komischste Kopfstück ever an. Ja, und zunächst erstmal Post, bevor wir uns wieder in Valscharische Gefilde begeben. Von Shilani und Flotschi, glaube ich, beides Raid-Mitglieder, ich bin richtig gut mit Namen, wisst ihr ja. Von Shilani, Du Socke und von Flotschi, Einladung zum Prinzessinnen-T-Kränzchen. Ist das echt ein Item, das so heißt, oder sind die Brieftitel so lang? So, vielleicht auch, ja gut. Ah, das ist, ah, Struggle, Freunde, Struggle. Shilani, Hexenmeister, finde dein Let's Plays sehr erregend. Wünsche dir weiterhin guten Loot und keine Fehlpuls. Wie erst könntest du ein Pet nach mir benennen namens Du Pimla. Namens Du Pimla, okay, kriege ich hin. Aber was ist hier denn? Alkoholische Getränke, das ist natürlich sehr schön und hier so ein paar übrig gebliebene Erze mit ein bisschen Gold. Ja, Dankeschön an Shilani, Du Pimla. Gucken wir mal, darf ich da nur nicht rausholen, den Pimla, ne? Sonst kriegen wir hier Anzeige. Die geht zwar erst am Montag raus, aber hier, das ist doch ein Pimla, oder? Ist ja klar, Du Pimla. Also, das ist, ne? Das ist die Knochenschlange. Nachdem wir die so genannt haben, war früher mit Fleisch gesegnet, aber dann ruckzuck, ne? Das ist so ein Wort, das hat so eine beleidigende Macht. Die zieht euch einfach das Fleisch von den Knochen. Unglaublich. Und, ja, darf man nicht rausholen, ne? Sonst kommt direkt irgendein Aldo-Spieler und, äh, das ist kein RP-Name, melde ich. Flodgy, lieber Craft, mit diesem Brief möchte ich Dich heute um 14 Uhr zum Prinzessin-T-Kränzchen einladen. Fuck! Fuck! Gute vier Stunden verpasst. Schade! Blöd gelaufen. PS, mit der Muschel kommt das Let's-Play-Feeling mehr in den Vordergrund. Mit der Muschel? Ihr könnt den Ozean... Oh, das machen wir mal. Das machen wir mal. Und hier ist tatsächlich echt ein Item. Okay. Flodgy Dave. Ja, Dankeschön für diesen Brief und die Muschel. Leider verpasst. Ja, extra Einladung noch zusätzlich geschrieben. Leider verpasst. Schade, schade. Aber wir haben noch ein Pet. Ich habe hier schon gesehen, die Knochenwespe direkt da drunter. Die sieht doch schön aus. Sie ist sogar selten, ne? Passt doch. So, Flodgy ist auch dabei. Und, ja, wir gucken mal, ob wir denn was hören. Ja, ich höre diesen, diesen, dieses, was, diesen Mauen, was auch immer es ist. Teufelsfeuer-Kack-Pimmel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, funktioniert gar nicht, die Muschel. Ihr könnt daran liegen, dass es ein graues Item mit dem Fun-Effekt ist. Aber, ja, Dankeschön für eure Post. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich wollte euch dazu cutten. Kann das sein? Wir waren in Valshara. Da hoch. Ja, die Flughute cutte ich. Oder die Flughute cutte ich. Wir wollen ja heute auch ein bisschen was schaffen. Wir müssen ja den Tempel verteidigen. Und so müssen wir mal den Albtraum da zurückdrängen. Ich finde es schön, dass unser Inventar von Äpfeln und Wichteln dominiert wird. Es gibt deutlich Schlimmeres. Insofern, Freunde, sehen wir uns gleich da. Wanderhoden-Style. Plötzlich sind wir woanders. Nau, Landung, Stoppuhr. Boah, Griffe des Lebens einfach. Griffe des Lebens, man muss es so sagen. Ja, wir sind dabei, wie gesagt, den Albtraum zurückzudrängen. Nicht verdrängen. Das wäre blöd gelaufen. Sondern wir gehen da aktiv gegen. Das heißt, wir doten ja alles zu eines Hexers würdig. Müssen verderbte Wurzelproben holen. Weil wir hier natürlich auch so ein bisschen Duiden-Gedöns dabei haben. Da ist nicht nur Draufhauen, sondern... Wow. Es ist euer Letzter. Ja, komm, laber mich nicht hier von der Seite voll. Was ist denn für ein schicki Micky gewesen? Oder? Das ist wie heute Morgen, Freunde. Nur weil ich morgens, weil ich keine Zeit habe, irgendwie mal Fallschum durch eine Einbahnstraße fahre. Das ist ja kein Grund, sich aufzuregen. Oder immer diese Leute, die morgens Stress machen, Alter. Wer ist dieser Verkehrsregel? Frage ich mich da manchmal. Einfach mal chillen. Einfach mal... Ne, es geht manchmal nicht. Und so einer ist er auch. Oder letztens hatte ich eine richtig fette Qualle, die eigentlich... Wir haben so eine Bahn, die in der Stadt rumfährt. Nur geladen mit Touristen. Die hat hinten so ein Schild dran, Vorsicht, kann ausschwenken. Und so eine fette Olle war das auch. Nichts gegen fette Ollen an sich. Ja, ist mir scheißegal. Fette Olle, dünne Olle, darum geht es gar nicht. Aber wenn ich doch nun mal einen Hintern habe, der schon ausschwenkt. Und ein zweiter Fahrradsattel eine gute Alternative wäre. Einfach nur, um dem Fahrgefühl an sich ein bisschen hilfreich entgegenzuwirken. Das arme Fahrrad, ich sag mal, wer ist ein Pferd, hätte man es erschießen müssen. Und die fährt im Kreisverkehr vor mir rum, schwenkt doller aus als diese Bahn und du kommst dich zu überholen. Und was machen die natürlich im Kreisverkehr? Weil Fahrradfahren ist auch anstrengend. Fahrradfahren ist auch anstrengend. Da muss man, um das auszugleichen, muss man mal mit einem Leben-Marathon mit 500 Tüten Chips machen, um da die Figur wieder reinzukriegen. Da wird natürlich in Kreisverkehr reingefahren. Dann wird in der Mitte des Kreisverkehrs geblieben. Und dann wird abgestiegen und bis zur ersten Einfahrt quasi, oder Ausfahrt in dem Fall, weil sie ja drin war, geschoben. Und da wird dann auf den Fußweg gegangen und da dann weitergefahren. Und ich sag mal, sowas fackt mich schon menschlich ab. Als Autofahrer morgens, ihr wollt nicht neben mir sitzen. Ihr wollt nicht neben mir sitzen. Mein Cousin, der dann morgens immer mit mir fährt, der dreht dann intuitiv schon mal das Radio einfach lauter, um sich das nicht noch anzuhören zu müssen, was ich dazu zu sagen habe. Oh, wirklich, Freunde. Es gibt Menschen, ich weiß nicht, Fahrradmenschen. Fahrradmenschen, das ist was anderes für mich. Das ist eine andere Art Mensch, finde ich. Das ist eine andere Art Mensch, finde ich. Das sind so Fahrradfahrer. Ich hab Angst, Auto zu fahren. Ich mach keinen Führerschein. Und fahren dann mit ihrem Fahrrad auf Straßen rum. Wenn ich mein Kind auf der Straße Fahrradfahren sehen würde, wenn daneben Fußgängerwege sind, ist mir scheißegal, was die Rechtslage ist, ziehe ich vom Fahrradschlag zusammen und sage, das hast du jetzt davon. Was ist das denn? Fahrradhelme zum Schutz und Sicherheit und so. Und dann fahren die morgens auf der Straße mit wütenden Koffein-Getränken-Bastarden wie mir, Lell, die da knapp zu spät zur Arbeit kommen und da durch die Innenstadt heizen wie sonst was. Gepeinigt von Fetten und Rentnern und die alle nicht klarkommen. Und was soll das? Fahrradfahren ist... Ich bin immer noch dafür, Fahrradfahrer und Rentner sind für mich... Es tut mir leid für alle, die es jetzt hören. Vielleicht seid ihr Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Fahrradfahrer und Rentner ist für mich überwiegend Abschaum. Ich habe es so nett ausgedrückt, wie ich konnte. Ich finde immer noch, Fahrradfahrer und Rentner sollte man einfach... Zumindest die, die so aufregen. Die sollte man einfach zu Autoreifen verarbeiten, weil die kosten eine Menge Autoreifen. Und dann haben sie doch noch einen gesellschaftlichen Nutzen, anstatt nur dumm in der Gegend rumzustehen oder irgendwie... Vor mir in einer Kassenschlange zu stehen und nach Pisse zu riechen. Muss ja alles nicht sein, oder? So was regt mich echt auf. So was regt mich einfach auf. Ganz im Ernst. Und ich weiß nicht, wie dieser Fahrradfahrer... Warum müssen die... Dann fahre ich auch... Klar, Schulen vorbei und so weiter. Muss man natürlich sich auch zu einer ganzen Klassengruppe zusammenrotten und damit auf der Straße fahren. Und dann denken die natürlich auch... Ja, wir splitten uns mal für das Auto. Dann fährt die eine Hälfte links hier an rechts. Dann ist immer noch nicht genug Platz. Dann kommt so eine dicke mit ausschwenkenden Hintern, die du nicht mal im Kreisverkehr kurz überholen kannst. Weil du Angst haben musst, dass sie nicht nur umkippt, sondern auch noch dein Auto eine größere Delle bekommt, als wenn du mit 120 ins nächste Wildschwein bretterst. Es ist unglaublich, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist... Äh... Morgenstund. Morgenstund. Ich glaub, dieser Part kam da am Wochenende, Freunde. Wer ähnlichen Wahnsinn und Terror schon wieder erleben musste wie ich, wir wissen jetzt zusammen, immerhin, wir sind nicht allein. Warum schlachte ich die ganze Zeit Satyren? Zum anderen musste ich mich auslassen und kann dann sowieso nichts anderes machen, als rumstehen, Level-Ups genießen. Yay! 101. Und Mobs schlagen. Zum anderen sammeln wir Wurzeln und wir hatten eben Bonus-Ziel laufen. Sieht man hier unten immer rechts natürlich an der blauen Leiste. Die brauchen, um vielleicht wieder zu WoW zu kommen, wo es ja so ausschwenkende LKW ist und fette Hintern. Man weiß sie nicht. An sich ist natürlich nichts gegen dicke Hintern, ne? Das ist natürlich auch eine der schönsten Sachen, die es so geben kann. Und nur nicht auf Fahrrädern. Nur da... Ne, Fahrräder, weiß ich nicht. Äh. Äh, Fahrräder, Alter. Ne, ohne Witz. Und... Ja, wir sammeln Proben für Ruinen zum Analysieren. Wir töten und läutern und suchen die Träne von Elun. Das ist eines dieser Titan-Relikte. Erinnert euch an die ersten Parts? Ach, nicht diesen Moment. Gleich kommt wieder, ne? Schon bald. Gleich kommt wieder der Satyr aus dem letzten Part mit seinem Plattensprung. Ist eins dieser Titan-Relikte, die wir mit Khadgar versucht haben zu finden oder Informationen zu holen, wo wir in Kara sahen und so weiter waren in den ersten Anfangsparts in der Pre-Quest und versuchen jetzt quasi hier diese Relikte aufzutreiben. Aber wir sehen, sieht düßer aus. Und Xavius ist uns wieder zuvor gekommen. Und wir wissen natürlich, dass Xavius mächtig ist. Das heißt, so ein mächtiges, 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 ich kann nicht reden, mächtiges Relikt kann eben auch verdorben werden. Ja, und wenn wir uns vorstellen, dass diese Titan-Relikte jetzt quasi auch noch in die Hände der Legion fallen, denn wir haben ein großes Problem. Die Legion ist halt nicht dumm. Ja, dann kann das hier relativ schnell bitter für uns enden. Wenn die jetzt nämlich unseren Plan rausbekommen haben und ebenfalls diese Relikte jagen, dann haben wir ein Problem. Oder was heißt jagen? Ganz klar, die spüren natürlich auch die Macht, die von diesen Teilen ausgeht. Insofern bleibt eine Jagd. Sprecht mit dem Bürgermeister in Hasrow in Bradenbach. Warum wurde denn Hasrow nicht übersetzt? Was ist denn Hasrow? Herd? Oder, ich weiß ja, Hasrow. Das klingt so komplett, alles wird eingedeutscht, ja, aber das Wort Hasrow, das sticht so raus irgendwie, ja. Das sticht so raus. Die Toten marschieren nach Bradenbach. Bitte helft uns. Die Toten, Freunde, die Toten. Friedhof der Kuscheltiere live in WoW. Wir geben die Quests ab und schauen mal, was der weitere Plan ist. Wir sehen hier Ströme auch und, äh, und, unendliche, ja, Ströme, Lell von Soldaten und Priesterinnen entgegen, um diesen Tempel hier, dieses heilige Relikt, doch zu halten. Und da muss man sagen, sind gerade Priester und Druiden sehr Märtyrermäßig doch drauf und gehen dafür ihre Überzeugung für die Natur, für ihre Götter eben auch relativ schnell in den Tod. Insofern gut, dass wir Dotlog sind und ich glaube nicht einmal unter 100% Leben gefallen sind. Leveln, Hardcore, was los? Verderbne Wurzelprobe. Es ist, wie ich befürchtet habe, Org. Diese Verderbne, sie lässt sich nicht mehr umkehren. Und da hören wir was ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, vielleicht gerade so können wir Szenarios tatsächlich noch retten, ähm, ja, wenn mal Furion und Isera und so weiter zusammenarbeiten können. Aber an und für sich kann man also dieses Verdorbene nicht so weit zurücktreiben. Das heißt, Shaladrassil, dieser Weltenbaum, den haben wir anscheinend verloren. Ja, man muss es ganz klar so sagen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Raid. Tatsächlich, äh, sind wir in der ersten ID-Woche mit unserer 20- bis 30-mann starken Chaos-Truppe. Bist du Xavius vorgestoßen? Szenarios waren ein bisschen problematisch, ja, gerade weil man viele Leute koordinieren musste. Und Xavius, 3,8%. 3,8% und dann haben wir gesagt, Freunde, nächste Woche, das ist zu mad. Er liegt bald, Freunde. Und dann haben wir hier auch, äh, unseren Fuß in der Tür so ein bisschen, ne? Besser spät als nie und ich sag mal, ich finde, zweite Woche ist jetzt gar nicht mehr so spät. Xavius hat unser heiliges Artefakt geschohlen. Elun, vergebt mir, ich habe versagt. Da sehen wir genau diese, ja, Götter-Affinität, äh, die ich meinte. Und wisst ihr, was das Schöne ist? So, ihr Gott ist jetzt bestohlen worden, beleidigt, auf ihn wird gespuckt, seine Tempel werden zerstört und trotzdem kenne ich keinen Nachtelf, der sich für seine Scheiß-Überzeugung in der Luft sprengt. Ist das nicht super? Total geil. So, Leuchtener Glücksbringer, 700, äh, was haben wir hier denn? Eure Zauber haben eine Chance, Zorn vor den Luns gewährenden Schaden, verursachten Zaubern, was? Der eure Schaden verursachende Zauber, äh, äh, was ist das denn? Eure Zauber haben eine Chance, euch Zorn der Elun zu gewähren, durch den eure Schaden verursachenden Zauber zielen. 15 Sekunden, also das ist aber scheiß geschrieben, ne, macht jetzt Sinn. Bonusschaden, für uns klingt gut, komm schon, Aufwertung. Ja, ja, man darf das auch nicht so provozieren, ja, man hätte sagen müssen, bitte werte dich auf, bäng, nö, 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 bäm. Ah, wir haben ihn, Glücksbringer der Tempelpriesterin. So, sprecht mit Isera. Ja, wir kehren zurück zu Isera, dem Aspekt der Träume der kleinen Schwester von Alex Trasa und schauen mal, was die denn jetzt zu sagen hat. Ich denke mal, sie ist nicht ganz so glücklich darüber zu hören, dass das Relikt, was uns hier eigentlich retten sollte, äh, nicht mehr zu retten ist, vermutlich, ne. Also, werden es natürlich irgendwie läutern können, ist klar, ja, sonst hätte Isera schon viel mehr Panik gemacht, die wird das schon wissen von wegen, das ist nicht umkehrbar. Ich denke auch mal, Furion hat das jetzt gesehen, dass Szenarius da größere Probleme hat, die jetzt nicht mit, ich bin ein Droide, ich kuschel mit dir wie mit Baum, ne. Mit solchen Sätzen und Handlungen ist das hier eben gar nicht so einfach. Macht es Sinn, da hinzufliegen, ne, macht es nicht, das ist ja hier unten gewesen, das wäre jetzt extrem geil, das wäre ein richtig klassischer Move von mir gewesen, ne. Schön, Redefluss, ich mache Klicky-Klicky auf Flugmeisteri und Stiefeli und dann haben wir Kaki in der Gesicht, die war ja verschissen, ne. So schnell geht das dann, haben wir an der Stelle einfach ein bisschen Glück gehabt. So, Hein des Szenarios, ja, heißt Hein des Szenarios, ne, das ist auch scheiße, da heißt der Hein schon so wie er und er stirbt da drin, ne, das ist also nicht so toll. Isera, wir haben Infos, das sind schlimme Neuigkeiten am Tag, schöpft Kraft aus eurem Mut, der Azoroth ist jetzt auf seine Helden angewiesen, mehr als je zuvor. Und man muss sagen, nach all den Edons, die wir hatten, hat sie damit auch noch recht, unglaublich, oder? Einfach mal noch die Kirsche auf das Eis gesetzt, ne, auf den Sahnehaufen, Sahnehaufen, klingt, äh, Sahnehaupt, klingt so gay, ja, Sahnehaufen ist viel cooler. Und die Würfel sind, ja, es ist einfach so, die Würfel sind gefallen, wir brauchen Helden mehr als je zuvor, denn die brennende Legion ist eine größte Bedrohung, die ja Azoroth tatsächlich in dieser Form konfrontieren kann. Wir schauen, was passiert, Szenarius, konnte nicht geläutert werden, wird vom Albtraum vereinnahmt und in Xavius' Reich gezogen, verdorbene Seele, verdorbener Körper. Eins mit dem Albtraum. Ich habe hier bereits zu viel Zeit vergeudet, es reicht! Und Malfurion, blind vor Zorn, sucht Xavius auf, um sich ihm allein zu stellen, hat aber nicht genug Gold für schnelles Fliegen, darum die Sequenz etwas länger. Der Verlust von Szenarius raubt Malfurion jede Vernunft, eilt zum Weltenbaum, womöglich ist er auf dem Weg dorthin zu jedem unbedachten Risiko bereit. Unterdessen werden wir beide seiner Spur von hier folgen. Malfurion darf nicht fallen. Ja, natürlich, Malfurion, spiritueller Anführer, natürlich der Nachtelfen mehr oder weniger. Gut, zwei spirituelle Tyrande als hohe Priesterin ist natürlich genauso ein spirituelles Oberhaupt. Aber nebenbei natürlich nicht nur da ein wichtiger Part für die Nachtelfen, sondern eben auch für die Druiden. Und jetzt auch ein Bindeglied zwischen Szenarius und dem Smark-Grünen-Albtraum, Traum-Realität, whatever. Malfurion darf nicht fallen, alles gesagt. Und auch die beiden Erztuiden haben sich auf den Weg gemacht, um zu retten, was vielleicht nicht mehr zu retten ist. Und wir kriegen ein neues Epic-Maur. Ysera fliegt uns tatsächlich höchstpersönlich hin. Ziemlich cool, wie ich finde. Das ist schon, das ist schon etwas. Ja, das ist schon etwas, auch so einem Aspekt hier rumfliegen. Und immer noch so ein bisschen, ich finde, Ysera hat... Malfurion ist von Zorn geblendet. Eine lange, düstere Vergangenheit verbindet ihn mit Xavius. Die kennen wir schon, habe ich schon erzählt. Selbst er kann sich Xavius nicht allein stellen. Wir müssen ihn finden. Die Zeit drängt. So sieht's aus. Alleine ist da nicht viel zu machen gegen diese Größe der brennenden Legionen. Und Ysera hilft uns natürlich. Was wird nur aus diesem kostbaren Land? Auf alte Freunde! Ja, äh... Direkt Onkelslied im Kopf, es geht gar nicht anders bei solchen Formulierungen. Tötet 50 verderbte Kreaturen in Mondruhe. Mit der Hilfe natürlich von Ysera. Die Lüfte rufen nach mir. Lasst euch von meiner Macht durchströmen. Yeah! Und ich finde es recht cool gemacht, dass Ysera nicht durchsichtig ist, aber trotzdem immer noch so ein bisschen verträumte ätherische Gestalten ein bisschen aufweist. Sei es nur durch die Flügelmembran oder durch dieses Geglitzer auf ihrem Kopfschmuck. So wie an unserer Sense hier. Ah, wir sind so sweet. Wie sieht das eigentlich als Blutelf aus? Gucken wir mal. Ähm... Ja, ich sag mal gut, dass der Part jetzt zu Ende ist. In diesem Sinne, Freunde, sehen wir uns einfach... Ich wollte sagen, der Einfachheit halber. Im nächsten Missahiden haut rein. Wir machen mal mit Winke, Winke. Voll geil. Schau raus.